Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe heute nochmal ein Dschungelcamp Video. Ich habe ja schon eins gedreht, das kam ziemlich gut bei euch an und deswegen dachte ich, ich drehe jetzt ein zweites. Diesmal geht es um Domenico und Evelyn. Wie ich auch schon im ersten Video gesagt habe, bevor das Dschungelcamp losgeht, habe ich so ein bisschen ein komisches Gefühl bei dieser Domenico und Evelyn Geschichte und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Es war ja so, die beiden waren ja bei Bachelor in Paradise und zwar sind beide ehemalige Kandidaten von Bachelor und Bachelorette. Und beide hatten bei Bachelor und Bachelorette keine große Auftrittsfläche oder wie sagt man das? Also sie waren auf jeden Fall nicht so krass zu sehen, eher noch mehr als sie. Sie flog glaube ich schon in der ersten oder in der zweiten Folge raus, also ziemlich früh und man hat sie so gar nicht von ihrer Art kennengelernt. Und deswegen war es dann krass, als sie bei Bachelor in Paradise waren, wo ja die ganzen Ex-Kandidaten sich daten auf dieser Insel. Da waren die ziemlich präsent auch in den Medien. Also sie sind ja am Ende auch zusammengekommen. Und es war ja auch die ganze Zeit so, sie war immer so lustig. Er war ja so verknallt in sie, hatte man das Gefühl. Und sie hat ihn so ein bisschen zappeln lassen. Und am Ende kamen sie ja zusammen und im Finale haben sie ja auch gewonnen. Und dann waren sie ja wirklich zusammen, sagt man. Und ein paar Monate später oder waren es nur ein paar Wochen, gab ja Evelyn Heuland RTL ein Interview, in dem sie sagte, dass Domenico mit einer anderen Frau ein Kind kriegt. Und zwar hat sie das per WhatsApp oder so von irgendjemandem bekommen oder per Instagram-Nachricht. Und zwar kriegt er mit seiner Ex-Freundin ein Kind und sie hat mega geheult und sich voll betrogen gefühlt von ihm. Und er sagte dann wiederum auch im Fernsehen, er wusste gar nicht bei Bachelor in Paradise, dass die Ex schwanger ist und die sind auch gar nicht mehr zusammen. Sie haben sich auch nie wieder getroffen, also Evelyn und Domenico, sie wollte das nicht. Und jetzt, kurz vorm Dschungel, ist er ja plötzlich wieder mit dieser Ex zusammen, mit der er das Kind hat. Und das finden alle so ein bisschen komisch. Ich auch. Also entweder hat er sie dann damals doch betrogen oder... Ich kann mir halt vorstellen, die haben ja jetzt dieses Kind. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Domenico das Kind mega wichtig ist und dass er deswegen halt schon immer Kontakt mit dieser Julia hatte. Er hat sie ja jetzt auch auf Instagram gezeigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er wirklich jetzt verliebt ist in sie. Trotzdem ist es schon krass, wie die bei Folge 1 sich schon direkt wieder angenähert haben. Und ich finde, die haben immer so einen flirty Gesichtsausdruck, wenn die sich so annähern. Da merkt man halt, dass irgendwie schon noch irgendwas zwischen denen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das alles echt oder ist das fake? Es kann halt auch sein, das haben auch sehr, sehr viele geschrieben, dass die beiden und auch Julia alle nur eine Show abziehen. Dass das sozusagen wirklich ein abgekadertes Spiel ist. Denn aus Erfahrungen wissen die ja, dass so Dschungelpärchen immer sehr krass präsent sind in den Medien. Wie damals Kim und Rocco oder wie Jay Khan und Indira. Da kam ja dann später auch raus, dass das wahrscheinlich gefakt ist, weil er ja damals eigentlich diese Fake-Beziehung mit Sarah Knappig haben wollte. Und die das dann im Camp erzählt hat. Das war auch witzig. Und natürlich interessiert es die Zuschauer. Und es ist auch so, Domenico und Evelyn sind ja keine Schauspieler oder keine Sänger, keine Moderatoren. Die haben ja keine anderen Jobs im Rampenlicht. Das heißt, wenn über die nicht berichtet wird, dann sind die nicht mehr präsent. Die bringen nicht ein Album raus oder sowas. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, ich kann es mir wirklich vorstellen, dass es gefakt ist, um im Rampenlicht zu bleiben. Weil sie haben schon krass gemerkt, wie die Medien darauf eingehen. Und auch als Evelyn, ich meine, wenn mich jetzt mein Freund betrügt oder so, oder ich kriege raus, er kriegt mit einer anderen ein Kind, dann renne ich ja nicht zur RTL heulend. Das wäre mir ja voll unangenehm auch. Und das hat sie aber gemacht. Und das war auch schon ein bisschen komisch, das so öffentlich und auch mit Tränen und so direkt in die Öffentlichkeit zu bringen. Also ich weiß nicht. Trotzdem ist Evelyn mein Favorit. Ich mag sie mega gerne. Ich finde sie halt witzig und irgendwie auch süß. Jetzt war es so, der Begleiter von Domenico ist ja der Luigi, sein Kumpel, weil seine Freundin Julia und das Baby sind ja in Deutschland geblieben. Der hat jetzt erzählt, dass Julia am ersten Tag, also bei der ersten Folge, nicht so glücklich war, eher traurig, weil die beiden wieder miteinander gesprochen haben. Schätzungsweise hat er ihr versprochen, nee, nee, mit Evelyn rede ich kein Wort. Das ist vorbei. Und das war natürlich jetzt gar nicht so. Und das merkt man ja jetzt jede Folge, dass es überhaupt nicht so ist, weil die ja schon immer noch Kontakt haben. Laut Gerüchten will die Julia, also die Freundin von Domenico, ihn auch eventuell vor die Tür setzen nach der Sendung. Das war jetzt nach Folge 1, nachdem die sich so angenähert haben. Aber ich denke, das überlegte sie sich wahrscheinlich nochmal. Ich meine, sie wusste ja, dass sie mit ihm redet, wenn der ins Camp geht. Ist ja logisch, dass sie miteinander reden müssen. Gestern hat er gesagt, dass es für ihn komplett vorbei ist. Und sie hat auch gesagt, dass sie ihm eh nicht mehr vertrauen kann. Aber irgendwie knistert es noch zwischen denen. Oder es ist halt gefakt. Das weiß ich halt nicht. Mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr, das ist echt oder es ist fake? Oder ist einfach RTL da ein bisschen dahinter her? Und RTL ist natürlich auch schlau, wenn die auch nur eine Minute am Tag über dieses Thema sprechen, dann schneiden die das natürlich abends in die Sendung. Ist ja logisch. Deswegen kann es, es kann auch echt sein. Ich bin mir echt gerade nicht mehr so sicher. Erst dachte ich, ganz sicher ist es fake. Aber mittlerweile, weil sie auch gesagt, weil die auch beide mal sagen, nee, das kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht ist es dann doch nicht fake. Wir werden sehen, ob sie noch zusammenkommen. Ich finde auf jeden Fall Evelyn mega süß. Und ich würde verstehen, wenn er schwach werden würde. Weil ich finde sie echt süß. Ihn finde ich so mittel. Er ist ganz lustig eigentlich. Er war damals bei Bachelor in Paradise ganz sympathisch. Jedenfalls finde ich die aktuelle Staffel ganz gut. Und ich finde natürlich vor allem diese Evelyn-Dominico-Geschichte spannend. Ich finde auch Giselle, die immer heult, witzig. Und ich finde auch diese Chris-und-Jotta-Affäre lustig. Also dieser Streit zwischen den beiden. Da glaube ich auch wirklich, dass der kein Fake ist. Ich mache mal eine Umfrage hier im Video. Ich baue sie hier irgendwo ein. Ihr seht es dann. Und da könnt ihr mal abstimmen, ob ihr glaubt, die Geschichte zwischen Dominico und Evelyn ist echt. Die sind wirklich getrennt. Oder glaubt ihr, das ist ein abgekatertes Spiel nur für die Presse. Stimmt mal ab. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Dort könnt ihr mir auch auf jeden Fall mal so schreiben. Per Privatnachricht oder unter meine Fotos. Was ihr zur aktuellen Dschungelcamp-Staffel sagt. Und was für Videos ihr euch von mir noch wünscht. Es muss auch nicht zum Thema Dschungel sein. Das ist egal. Ich drehe jetzt gerade eh so ein bisschen, auf was ich halt gerade Lust habe. Und dann würde ich mich sehr freuen. Auch wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, wenn euch das Video gefallen hat. Und falls ihr das letzte Dschungelcamp-Video noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Das war auch sehr interessant. Da ging es ja darum, dass das Dschungelcamp fake ist, weil es eben gar nicht im Dschungel sozusagen gedreht wird. Und da habe ich ein paar Sachen rausgefunden. Guckt auf jeden Fall mal vorbei. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!